Willkommen meine hochverehrten Total Warhammer 3 Freunde, es gibt Patch News, Patch Notes. Wir gehen heute einmal über die wichtigsten Änderungen und machen vielleicht ein anderes Video über die genauen Änderungen der Fraktion, weil es sind so viele, dass es richtig knallt. Erstmal die großen Änderungen zum Total Warhammer 3 Patch, die am 13. April zusammen mit dem Chaos Zwergen DLC herausgekommen ist. Einerseits sind natürlich die Chaos Zwerge herausgekommen, wer die haben will, der kann sie sich holen, unter anderem beim MMOGA Link in der Videobeschreibung und den Kanal so supporten. Vielen Dank dafür, gibt es auch DLCs und andere Games natürlich. Einmal draufklicken, 7 Tage Cookie gesetzt, das heißt auch wenn der Balken dann für Hamster verschwindet, ist er immer noch da. Es gibt den Mirror of Madness Modus, den könnt ihr aktivieren, wenn ihr bei Gefecht auf Mirror of Madness geht. Seht ihr hier, gibt es jetzt zwei neue Modi, Prüfung des Schicksals, unendliche Wellen mit besonderer Magie oder auf der anderen Seite der Labormodus, bei dem ihr Gravitation und Magiefähigkeiten und Rückstoß und sowas als mögliche verändern könnt. Ganz nett, außerdem gibt es Plänkel bei einer neuen Einheit für Imperium und für Kislev, nämlich Ulrika Magdoba. Falls dieses Bild nicht angezeigt wird, müsst ihr erstmal auf den Total War Access Account gehen, euren Steam Account damit linken und dann habt ihr Ulrika Magdoba als legendäre Heldin, gleichzeitig eine Schattenzauberin zusammen mit einer Vampirin mit der Durstfähigkeit und der Plänklerin ist ja auch noch krasses Teil, krasses Teil. Außerdem habt ihr nun die Möglichkeit, die Art und Weise, wie eure Tooltips angezeigt werden, hier zu ändern. Ihr könnt zum Beispiel anzeigen, es soll schneller entstehen, es schneller erscheint und langsamer erscheinen und bis zu einer gewissen Entfernung dranbleiben. Ich habe sie alle nach links geschoben, das finde ich für mich am besten. Weiter geht's mit anderen News hier. Also ihr habt außerdem nun ein tolles Randomisierungsfeature für eure Kampagne, das ist vielleicht das Beste mit dem Pad. Wenn ihr oben draufklickt auf dieses Symbol, kriegt ihr einen zufälligen Kommandanten zugewiesen, wie zum Beispiel grüner Gobbo oder alter Mann oder Franzose oder schwanzer Sternhubel, neu ist er schon wieder. Oder Salamander, 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 der Rentnerbus, alles mögliche mit einem Klick auf Randomisierung. So ganz random hat es sich mir nicht angefühlt, aber sei es drum. Ich glaube das trotzdem, als müsst ihr nicht mehr immer nur Karl Franz spielen, Leute, nicht immer nur Karl Franz. Außerdem, ja, wurden die Art und Weise, wie Tooltips angezeigt werden, geändert. Wenn ihr jetzt irgendwas anklickt, dann gibt es so eine rote Leiste, also wenn ihr mit dem Aussage drüber gebt, gibt es eine rote Leiste, dann könnt ihr weiter in die Tiefe gehen. Was die Einstellungen angeht oder was die Optionen angeht, die es da zu sehen gibt. Und ansonsten würde es eine große Veränderung zu Line of Sight, also Sichtlinie oder Schusslinie von Fernkampfeinheiten geben. Was hat es gegeben, denn jetzt lasten sich eure Fernkämpfe nicht mehr so leicht von irgendwelchen Zäunen blocken, gerade bei Belagungsschlachten. Eine gute Sache. Außerdem gab es haufenweise Änderungen zur KI, die sich ändert, wie sie Kriege erklären, wie sie Frieden machen, wen sie angreifen, wen sie als Bedrohung sehen, wie sie handeln, wie sie in der Schlacht agieren, wie sie in der Belagung funktionieren oder in den normalen Schlachten. So viele Änderungen kann ich gar nicht, ehrlich gesagt, im Detail darauf eingehen, weil das alles viel zu viel ist. Aber ihr wisst schon mal, dass das existiert. Wundert euch nicht, wenn die KI sich total anders verhält. Eine besondere Änderung ist zum Beispiel, es gab eine Funktion, die hat die Wahrscheinlichkeit, dass eine Fraktion durch Krieg erklärt, war in Verhältnis zur Entfernung zu euch gesetzt. Und je weiter entfernt sie wartest, desto wahrscheinlicher war es, dass die Fraktion durch Krieg erklärt. Es sollte andersrum sein. Das wurde zum Beispiel gefixt. Ja, da kam tatsächlich die Sonne rein. Nur das zur Info. Dazu, ja, kommen natürlich die Chaos-Zwerge raus. Hier ist nochmal das Campaign-Pack. Dazu gibt es auch eine neue Lehre der Chaos-Zwerge, also die Lehre des Hachut. Auch die Feuermagie wurde ein bisschen überarbeitet, hat neue Animationen bekommen. Sieht deutlich besser aus als vorher. Die Chaos-Zwerge fühlen sich wie eine fertige Fraktion an. Ob ihr sie sich holen wollt oder nicht, ist eure Sache. Aber ich bin der Meinung, das ist das Beste, was aus Total Warhammer 3 rausgekommen ist bisher, inklusive Total Warhammer 3. Ja, endlich mal ein bisschen Abwechslung für eine Fraktion. Mirrors of Madness-Modus, den haben wir uns bereits angesehen. Und Ulrika Magdova, genauso wie das Fraktionsrandomisierungs-Feature. Stabilitätsthemen wurden geklärt. Außerdem ein paar generelle Updates und Bug-Fixes. Und eine Sache, die ich ganz gut fand, nämlich Missionen. Wenn ihr bestimmte Regionen einnehmt, dann ist die Mission auch sofort abgeschlossen, wenn ihr die Region als Ziel einnehmt und nicht erst im nächsten Zug. Verstärkungen kommen nicht mehr von eigentlich nicht zugänglichen Bereichen. Und ja, so weiter und so weiter. Ganz besonders stellen sich hier die Art und Weise, wie die KI funktioniert heraus. Habe ich euch schon mal so ein paar Sachen erzählt. Die Details sind relativ obskur für mich als Zuschauer. Ich verstehe das alles nicht, wie die das eigentlich verändern. Gibt es einen Wert in der Tabelle? Oder wie wird der KI gesagt, wie sie eigentlich sich ändern soll? Vielleicht kann mir da ein Modder ein paar Hinweise geben. Aber auf jeden Fall wurde die Klugheit der Belagerungs-KI deutlich geändert. Sowohl in der Belagerung, in der Schlacht, aber auch in der Kampagne. Hier ist zum Beispiel das, was ich euch schon gesagt habe. Nämlich, wo ist es? Irgendwo stand das. Mitte Entfernung. So, oh ja, das fand ich auch ziemlich gut. Okay, hier ist es. Reduce the distance required for them to be applied both general deal and deal evaluation. Irgendwas wurde noch geändert. Kleinere Fraktionen werden sich nun leichter basalisieren lassen. Das glaube ich, wenn es passiert. Außerdem erklären sich verbündete Fraktionen, also eigentlich Ordnungsfraktionen wie Hochelfen und Imperium und die Echsenmenschen nicht mehr so schnell den Krieg gegenseitig, was gut ist. Weil das Imperium hat sowieso schon alle Hände voll zu tun mit Festus, dem Fettsack in ihrer Mitte und den Tiermenschen und den Waldelfen und den Vampirfürsten, die sie alle von allen Seiten angreifen. Und nachher wird es hoffentlich ein bisschen besser zusammenhängen. Hier nochmal ein großes Detail zur Sichtlinie, dass die Einheiten jetzt besser schießen können. Außerdem wurden einige Startpositionen etwas geändert, sodass Zhao Ming, Speckos Goldzahn, Teher, Hauhin, Kroka, Tauks, Nix, Hermann Gort der Beste und die Feenzauberin jetzt so starten, dass sie direkt im ersten Zug auch eine Siedlung angreifen können. An Zaubersprüchen wurde es sehr viel geändert und an Fraktionen auch, da gehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so im Detail rein. Nur im Großen und Ganzen Tiermenschen, Buff, Bretonen, Buff, Dämonen des Chaos, irgendwie so Misch, die Dunkelelfen anscheinend eher so ein bisschen ein Nerf, weil ihre Streitwagen etwas schwächer gemacht worden sind. Zwerge haben jetzt silberne Schilde, also deutlich besser, eher ein Buff. Katai hat einen kleinen Nerf bekommen, geradezu ihre Standardinfanterie. Grünhäute wurden deutlich gebufft, gerade die Grünhaut, Grünorg, die Moschas und die Wildorgs, die wurden alle deutlich stabiler gemacht. Hochelfen haben jetzt ein bisschen weniger Feuerangriff, damit sie besser gegen die Chaoszwerge, die sehr viel Feuerresistenz haben, angehen können. Korn wurde ein bisschen gerebalanced, zum Teil Buffs, zum Teil Nerfs. Kislevs wurde tendenziell eher gebufft, aber sie sollen noch weiter bearbeitet werden. Kislev-Änderungen sind noch nicht am Ende angekommen. Echsenmenschen haben einen Buff bekommen, dadurch, dass die Dinos günstiger gemacht worden sind und die Kroxigors gebufft wurden. Norska haben Mammuts optimiert und die Linieninfanterie ist besser geworden. Linieninfanterie ist durch die Bank tendenziell der alten Fraktion besser gemacht worden und die der neuen Fraktion genervt worden, weil wegen dem Powercreep, der halt entstanden ist mit der Zeit. Nörgel hat einen Buff bekommen, aber bestimmt noch nicht alles. Werden schneller und werden auch ein kleines bisschen günstiger tendenziell. Die Ogre-Königreiche, die sind, ehrlich gesagt, gerade in der Kampagne total kaputt. Das heißt so, sie haben ihre ersten Buffs bekommen, aber sie arbeiten noch weiter daran, die Ogre weiter zu verbessern. Skaven wurden genervt, Giftwind-Globadire und Giftwind-Mörser haben weniger rüstungsdurchdringende Schaden. Todesräder und meine Lieblingseinheit, die Seuchenmönche, wurden etwas gebufft, damit sie besser sind. Allerdings nicht wirklich viel, wenn wir hier die Plague-Monks ansehen. 100 Gold weniger ist schon, das ist eine Menge, das gebe ich zu. Aber das war's, sonst keine Änderung. Immerhin, 100 Gold, das ist definitiv eine Menge. Bei Slanisch wurden die insbesondere OP-Einheiten genervt. Das sind die Hellstriders, die Infanterie-Einheiten auf diesen komischen Ameisenbärviechern. Ich weiß nicht, wie sie heißen, die so viel gekostet haben wie leichte Infanterie und performt haben wie Wildreiter. Die wurden wirklich, die Hellstriders, deutlich genervt. 100 Gold kosten sie mehr und dafür machen sie jetzt weniger Schaden und haben weniger Nahkampfabwehr. Ganz starkes Statement, meiner Meinung nach. Das Imperium wurde geändert, nämlich der Luminak. Oh, meine Güte, der Luminak hat nun eine halb so lange Nachladezeit. Er schießt also doppelt so viel wie früher, hat also doppelt so häufig die Wahrscheinlichkeit daneben zu schießen. Nicht übel. Außerdem haben Kriegswagen sechs Schützen und irgendwas mit der Munition wurde wieder geändert. Das erinnern sie ab und zu mal, was das bedeutet hier, die Schießgedönse. Die Schießgedönse. Demigreifen, mehr Führerschaft, mehr Nahkampfangriff, mehr Rüstungsdurchdringer Schaden, mehr Rückschlag für gegnerische Einheiten. Also deutlich besser. Endlich können die Demigreifen mal wieder mithalten. Soweit dazu. Und der Luminak. Reload Time von 22 auf 11. Oh ja, Luminak. Endlich. Make Luminak great again, Leute. Was haben wir noch? Die Gruftkönige wurden kaum geändert. Allerdings, da hier noch ein Hinweis, die Streitwagenmechaniken wurden überarbeitet. Ich habe es schon mal ein bisschen getestet. Es fühlt sich besser an als früher. Und es heißt, dass die Streitwagenmechanik gerade den Gruftkönigen hilft. Wir werden es erleben. Ich war jetzt ehrlich gesagt schon lange nicht mehr so richtig ein Freund der Gruftkönige. Gerade der Gruftkönig, Streitwagen, Gruftkönige. Sonst sind eigentlich schon ganz cool. Zinsch wurde als prinzipiell gut angesehen. Die Flammenwerfer bekommen ein bisschen mehr Geschwindigkeit für ihren Fernkampfangriff. Angriff und die Auserkronen werden etwas günstiger. Vampir Küste wurde ein bisschen geändert. Die overperformenden Einheiten wurden ein bisschen genervt. Und die Gunnery Mobs haben jetzt nur 90 Reichweite für eine Infanterie Handgun Einheit. Also die Plankler Einheiten. Animated Hugs, die belebten Kolosse oder wie sie heißen. Die waren ziemlich kaputt. Die wurden anscheinend geändert. Und Zylos, dass beschworene Ritter können jetzt nicht mehr die Landsinformationen verwenden. Die Mournghouls, Leitheimsucher, haben außerdem auch einen Buff bekommen. Schauen wir gerade rein. Also Zombie Pirate Gunnery Mod, 120 auf 90 Reichweite. Das ist ein heftiger Nerve. Und wo haben wir die Mournghouls? Mournghouls? Jetzt können sie sich im Wald verstecken. Äh, das ist alles? Ich hab doch gesagt, have received a buff. Okay. Hab ich jetzt nicht gesehen. Vielleicht haben sie es vergessen aufzulisten. Egal. Äh, was haben wir noch? Animated Hugs, also die belebten Kolosse. Die werden tatsächlich deutlich genervt, interessanterweise. Ich hab gedacht, die werden verbessern. Naja, sei es so. Ich hab, ich hab offensichtlich keine Ahnung. Vampirfürsten wurden als Overperforming generell gesehen. Und nun werden ihre Heilfähigkeiten geändert. Und vor allem die Gruft schrecken. Da ihre Kombination aus Regeneration und großer HP Menge sie fast unbesiegbar gemacht haben. Außerdem keine magischen Angriffe mehr für Schwarze Ritter und die Graveguard, die, 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 ähm, die gepanzerte Infanterie der Vampirfürsten. Also Graveguard, ähm, ich hab vergessen, wie sie heißen. Verfluchte, genau. Verfluchte heißen sie. Keine magischen Angriffe mehr. Wundert mich eigentlich. Die haben die auch gar nicht so, noch gar nicht so lang gehabt. Ich glaub ich erst neu dazugekommen mit dem Toluoma 3 DLC. Gruftschrecken. Weniger Lebenspunkte. Weniger Nahkampfabwehr. Und Heilung kostet jetzt auch ein bisschen mehr. Kriege des Chaos. Ähm, wenige Updates. Chaosritter wurden ein bisschen geändert. Und Drachen, Oga und Shagoth wurden. Verbessert. Wo sind die Schaden? Drachen, Oga. Bisschen günstiger. Aber nicht wirklich viel los. Drachen, Oga und Shagoth wurden auch ein bisschen gebufft. Um mit dem Powercreep mitzuhalten, den es so gibt. Waldelfen. Ähm, Baumenschen waren zu schlecht. Deswegen wurden sie verbessert. Mehr Lebenspunkte und stärker. Wild Riders haben jetzt auch mehr, also Wild Riders haben etwas mehr Masse bekommen. Ähm, so wie dazu. Und ja, das war's. Wir sind einmal durch. Jetzt springen wir noch in die Kampagnenänderungen. Ähm, Updated Campaign Battle Map Selection. Das ist jetzt nicht so interessant. Weniger Krieg. Für den Eishof der Kisleviten in der Chaosreiche Kampagne. Ähm, und man bekommt jetzt, ähm, bei, ein kleiner Boost für die Konföderations, ähm, Wahrscheinlichkeit, wenn ihr eine Mission habt, die euch eine Konföderation andrehen will. In den Schlachten gibt es nur neue, endlose Überlebensschlachten, die ihr alleine oder mit mehreren spielen könnt. Äh, das könnt ihr auch hier übrigens in Fettbeck plänkeln gegen KI. Jetzt hier im Überlebenskampf könnt ihr anmelden. Hier kommen jetzt unendlich viele Gegner rein. Ähm, so viel dazu. Und, äh, die, die Schwierigkeit wird interessanterweise immer stärker. Man kann sie alleine im Korb oder mit vier Spielern spielen. Und die Gegner werden immer häufiger gespawnt. Es gibt drei Erwärmungspunkte, die euch Supplies geben. Und die Schwierigkeit werden, ähm, wird skaliert. Je länger man überlebt, desto schwieriger wird's. Und je mehr Spieler da sind, desto schwieriger wird's. Und diese Schlachten kann man nicht gewinnen. Ha! Ja, zeigt mal, was ihr könnt. Und die finde ich gut. Na, mir hat es auch ganz Spaß gemacht. Recht Spaß gemacht. Für ein oder zwei Runden. Und gerade für neue Multiplayer-Optionen, um mit anderen zusammen, also mit Freunden zu spielen, ist das, glaube ich, gar nicht schlecht. Weiter in der ganzen Reihe zu verschiedenen Schlachtvarianten. Choke Points, Free-for-All, Battles, Land Battles. Da gehen wir jetzt nicht im Detail. Und Siedlungsschlachten, Belagungsschlachten, bla, bla, blub. Multiplayer-Rotation. Es gibt jetzt andere Karten und neue Karten im Multiplayer. Andere wurden herausgezogen. Eine interessante und große Änderung ist die Art und Weise, wie sich Fahrzeuge, insbesondere Streitwagen, in ihrer Kollision verhalten. Hier gehen sie jetzt wirklich in mega Details rein mit artikulierten Entitäten, Engine, Mount und Rider und wie das ganze Ding eigentlich funktioniert. Es hat zum Beispiel Probleme verursacht, wenn sie eine Einheit gedreht hat. Und dann wurde die effektive Kollisionsart und Weise geändert. Also, früher wurde dieses Streitwagenteil als Einzelding gesehen. Jetzt ist es deutlich weiter auseinandergezogen und repräsentiert mehr die Realität von dem, was passiert. Und sie hoffen, dass es damals damit besser funktioniert. Ich glaube ihnen, das jetzt einfach mal wird schon passen. Wir werden sehen. Ansonsten, klar, neue Grafik-Upgrade für die Sprüche der Law of Fire. Audio-Fixes, Grafik-Fixes. Oh, es gibt ja ein neues Schild-Symbol für Infanterie, die Fernkampfangriffe abblockt, wie zum Beispiel hier bei den Zwergenkriegern. Zwergenkriegern haben ja übrigens jetzt auch Silberne Schilde. Und Sticky Tooltips has been added to a large number of enemies. Das heißt, jetzt könnt ihr einfacher sehen, was in euren Tooltips steckt. Und ihr könnt auch sehen, vielleicht haben sie ja auch im Bild, welche Einheiten sie zum Beispiel beeinflussen, gerade bei den Updates mit euren legendären Lords. Ähm, ähm, ja, ja, so viel dazu, so viel dazu. Außerdem ein paar Änderungen. Und natürlich das Interessante, was kommt als nächstes, Leute? Das ist alles. Ewig viele Patch-Notes. Ich habe versucht, hier durchzurushen, so schnell es geht, weil es ehrlich gesagt schon mein dritter Versuch ist, dieses Video aufzunehmen. Hashtag 8%. Und mein OBS schon zweimal abgestürzt ist. Ich hoffe, das wird stabil in den Streams. Passiert das auch? War das Video weg. Ist ja ganz schön blöd. Wie auch immer, es ist alles. Diese Liste zusammenstellen hat Jahre gedauert, Jahre Arbeitszeiten. Schön, dass ihr dabei seid. Sorry, ähm, 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 tut mir leid an alle, die diesen Patch vorlesen wollen. Deswegen habe ich es auch nicht ganz gemacht. Wobei aber, Vorsicht, es ist erst der Anfang der Patch 3.0-Geschichte. Wir werden auf euer Feedback achten. Und wir können schon bestätigen, dass der Patch 3.1 bereits auf dem Weg ist und fast schon angekommen ist. Und ja, wir verstehen, dass das kaum zu glauben ist, aber es kommt mehr Zeug, dass wir, äh, mehr Zeug in Kürze, als wir es hier in diesen Release reinbringen können. Und wir können jetzt nicht hier in die Details gehen, aber erwartet mehr Fix-basierte Gutheit mit Update 3.1 in einigen Wochen. Also, nächste Bug-Fix-Runde kommt bald. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also, wir sind bereits so weit gekommen. Wir werden unsere Reise in Warmer 3 und die neuen Features, Änderungen und Updates, ähm, weiter machen. Aus dem gesamten Total Warmer Team danken wir euch für eure Geduld und eure Unterstützung. Änderungen, ähm, unabhängig davon, ob ihr von Anfang an dabei seid oder neue Mitglieder der Warmer Total War-Familie seid. Es wird noch sehr viel kommen für Total Warmer 3. Und wie immer, wir werden euch Updates halten. Und natürlich auch der Hamster. Soviel dazu. Ich hoffe, euch hat diese Patch-Node-Diskussion gefallen, beziehungsweise die Besprechung. Ich finde es gut. Gut, also was finde ich gut? Also, ich finde jetzt erstmal gut, dass sie an dem Spiel arbeiten, es langsam optimieren. Es ist immer noch nicht ganz fertig, aber es scheint langsam aber sicher in einen guten und spielbaren Zustand zu kommen. Wir sind ja mittlerweile ein, fast anderthalb Jahre nach dem ursprünglichen Release. Und langsam aber sicher passt alles zusammen. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und schönes Wochenende. Und schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020